So, damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Gold- und Silbertalk möchte ich mit euch gerne mal darüber sprechen, wie es denn aussieht mit dem Silberpreis aktuell. Der verhält sich ja jetzt aktuell ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Ja, wenn man bedenkt, dass wir ziemlich starken Anstieg immer noch an Inflation haben und normalerweise eigentlich Silber als Krisenwährung, da der Krisenwährungsfaktor im Silber immer noch überwiegt, normalerweise in solchen Situationen steigt. Wollen wir heute mal darüber sprechen. Wollen wir mal darüber sprechen, wie es so mit dem Silberpreis in Zukunft aussehen könnte, was da viele Leute vermuten und was ich für wie realistisch halten würde. Und ja, ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte. Leider ist heute ein Sonntag, dementsprechend kann ich leider nicht auf die aktuellen Gold- und Silberpreise eingehen, wie sich die jetzt verändert haben am Chart, weil das ist einfach nur ein Strich. Aber wir liegen beim Silber immer noch so um die 19,60 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, und beim Gold so um die 1.560, 1.550 Euro auch. Und ja, ist in Ordnung. Ihr seht das Video natürlich an einem Dienstag. Bis dann hat sich natürlich der Preis schon wieder einiges verändert. Aber ich möchte jetzt heute einfach mal so ein bisschen darauf eingehen, wie es damit in Zukunft möglicherweise aussehen könnte. Ja, bevor wir das nochmal machen, gehen wir natürlich wie immer auf das ein, was ich hier heute mitgebracht habe. Ja, da habe ich zuerst einmal ein 1kg Silber-Fitschi-Münzbarren. Ein sehr schöner Barren, wie ich finde. Ich finde die Gussbarren sowieso wesentlich schöner als Prägebaren. Ich weiß, viele Leute mögen Prägebaren lieber. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, dafür gibt es ja auch beides, damit dann jeder einfach das kaufen kann, was er möchte. Ich finde diese Barren aber sehr, sehr schön. Und natürlich sind sie auch als Anlage ziemlich gut geeignet. Eigentlich muss man fairerweise sagen, sind diese Barren als Anlage im Silber aktuell fast am besten geeignet, wenn man jetzt mal von Junk-Silber absieht. Und das hat natürlich dann auch Abschläge beim Verkauf. Also die 1kg-Münzbarren sind schon sehr, sehr weit oben da an dieser Stelle. Und ja, ist eigentlich auch interessant, wenn man sich mal überlegt, dass früher die 1 Unzen-Münzen, also die 1 Unzen-Silber-Münzen, wie zum Beispiel Kangaroo und Maple Leaf, von den Aufschlägen her praktisch gleich waren mit dem Fitschi-Münzbarren. Also das hat sich auch schon ziemlich verändert. Aber gut, letztendlich ist das eben auch so die Zeit, da verändert sich eben auch viel. Ja, weiter geht es mit einer 1 Unzen-Gold-Australian Kangaroo-Münze aus dem Jahre 2019. Wirklich eine sehr, sehr schöne Goldmünze, wie ich finde. Habe ich auch schon mehrfach mitgemacht. Ja, ist einfach eine sehr klassische Goldmünze, die ich auch möglicherweise, will jetzt dazu nicht so viel sagen, aber die auch möglicherweise ich in der 1 Unzen-Variante jetzt von dem neuen Jahrgang, der mir so gut gefallen hat, dann auch wieder hier hinzufügen könnte. Möglicherweise. Ja, sehen wir mal. Aber weiter geht es auf jeden Fall mit einer 1 Unzen-Luna-Jahr-Des-Hahns-Münze aus dem Jahre 2017. Und zwar ist das hier die Privy Mark Löwe-Ausgabe. Hat sich im Preis jetzt nicht so super toll entwickelt. Das ist halt immer das mit diesen Zusatzauflagen. Ja, die werden dann von manchen Leuten irgendwie so hochgehypt. So von wegen, oh ja, das wird bestimmt ganz toll, weil das ja so eine geringe Auflage hat. Ja, letztendlich kräht kein Hahn danach. Kein Hahn. Versteht ihr? Weil, ja, das Hahn ist, okay, egal. Aber weiter geht es auch mit der letzten Ausgabe der Luna 2-Serie. Ich glaube, ich habe eben bei dem Hahn Luna 3 gesagt, ja, natürlich Luna 2. Also wie gesagt, hier letzte Ausgabe der Luna 2-Serie mit dem Jahr des Schweins aus dem Jahr 2019. Ist eine Münze, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Schade ist auch, dass im Jahre 2020 dann eine normal große Münzeronde genommen wurde und keine übergroße mehr, wie das hier früher bei den Lunaren der Fall war. Fand ich immer schön, weil die Münzen natürlich einfach größer waren und man das Design einfach besser zur Geltung gekommen ist. Aber gut, so verändern sich eben die Sachen. Muss man halt eben auch irgendwo mit klarkommen. Gibt Schlimmeres, ne? So, also, dann kommen wir mal jetzt auf die Preise zu sprechen. Aktuell hat natürlich Silber einiges an Steigerungen wieder eingebüßt, dass es erhalten hat, seitdem wir diese ganze Krisengeschichte hatten. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön, wenn man jetzt darauf gepokert hat, dass Silber in nächster Zeit viel steigt. Aber man muss natürlich auch fairerweise es nun mal so betrachten. Silber ist erstens mal A im Metall, was sehr, sehr stark manipuliert ist, wie jeder Rohstoff, das manipuliert. Für die Leute, die sich jetzt nicht so viel damit anfangen können, jetzt vielleicht auch neu in die Materie gekommen sind. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da jemand sitzt und irgendeinen Schalter dran dreht und dann der Kurs steigt und fällt nicht auf diese Weise manipuliert. Sondern wir haben eben die Geschichte, dass man Silber nicht als Silbermetall kaufen muss, sondern es kann an der Börse gehandelt werden als einfach Papiersilber. Dafür muss der jeweilige Anbieter kein echtes Silber besitzen. Und somit ist es eben möglich, Silber praktisch bis ins Unendliche hoch zu hebeln, was auch aktuell der Fall ist und was sich vermutlich meiner Ansicht nach auch in nächster Zeit nicht großartig verändern wird. Wenn es sich verändern würde, fände ich super cool, glaube ich aber einfach nicht. Ja, das Problem haben wir einfach. Und dementsprechend würde ich niemals bei Silber auf irgendetwas pokern. Silber würde ich nur kaufen, wenn ich wirklich langfristig an das Metall glaube. und mir vor allen Dingen seine Fähigkeiten beim Krisenschutz zum Beispiel wichtig sind. Ich würde jetzt niemals auf irgendeine, keine Ahnung wie viele prozentige Steigerungen pokern, weil es kann einfach sein, dass das nicht passieren wird. Ja, da werden mir jetzt wahrscheinlich irgendwelche anderen Edelmetallhändler oder sonst welche Leute, die hier auf YouTube Videos machen, widersprechen und sagen, nein, Silber wird auf jeden Fall nächstes Jahr auf 100 Euro steigen. Wird es nicht. Wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist, äh, ja, relativ gering. Ich weiß, ich habe darüber auch schon ein Video gemacht, weil es nämlich einfach ein Video ist, was viele Leute interessiert. Aber auch damals habe ich schon gesagt, ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ja, kann ich auch nicht viel anderes mehr zu sagen. Ähm, glaube ich nicht, dass das passiert. Wäre es cool? Klar wäre das cool. Wäre es super toll. Würde ich mich auch total darüber freuen. Kaum einer würde sich wahrscheinlich mehr darüber freuen als ich. Also, gut, klar. Aber, ne, ich würde mich extrem darüber freuen, weil ich natürlich einfach auch sehr viel Silber habe. Ja, und deswegen, wenn Silber bei gleicher Kaufkraft wirklich auf 100 Euro steigen würde in näherer Zukunft, cool. Aber ist das wahrscheinlich? Nö. Was ist aktuell wahrscheinlicher? Naja, wenn man sich den aktuellen Trend von Silber so anguckt, wären wohl eher so um die 18 Euro irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich, ja. Fände ich das jetzt toll? Nö. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es nicht so kommt. Aber, ich meine, ich mache da jetzt so jetzt nichts Großartiges, irgendwelche Analysenzeug. Aber die Leute, die sagen, dass es möglicherweise auch auf 18 Euro fallen kann, haben schon irgendwo recht. Vielleicht, weil wenn man sich die ganze Geschichte jetzt aktuell so anguckt, dann ist das möglich, ja. Wäre das jetzt was Schlimmes? Och, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir relativ egal. Warum ist mir das relativ egal? Weil ich nicht vorhabe, mein Silber zu verkaufen. Dementsprechend kann ich dann auch einfach genauso gut welches kaufen. Ja, dementsprechend, pff, alles gut. Und die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, hey, aber du hast doch Silber neulich erst verkauft. Ja, aber ich habe es eben getauscht in Gold. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als verkauft bekennzeichnen. Weil ich es eben genauso mit dem Betrag 1 zu 1 in Gold getauscht habe. Beziehungsweise auch in Platin, ja, Gold und Platin. Das lag aber einfach daran, weil Silber in meinem Portfolio übergewichtet war. Und jetzt ist es das nicht mehr. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden damit, wie es aktuell aussieht. Wie gesagt, ein bisschen Platinbeinmischung habe ich jetzt mittlerweile auch. Was ich auch nicht verkehrt finde. Ja, also, 18 Euro beim Silber. Ja, das halte ich auf jeden Fall für wesentlich realistischer als 100 Euro. Warum halte ich das für wesentlich realistischer? Naja, weil es einfach ein bisschen näher an 19,50 Euro liegt als 100, oder? Also, ich weiß nicht genau, wie ihr das jetzt seht. Aber für mich ist das einfach das, was realistischerweise eher passieren könnte als 100 Euro im nächsten Jahr. Ja, und wie gesagt, finde ich überhaupt nichts Schlimmes. Ich kaufe Silber sehr gerne. Ich kaufe Silber auch sehr gerne in verschiedenen Ausführungen zum Beispiel. Und da ist es nicht verkehrt, wenn die ein bisschen günstiger sind. Wenn man an etwas in Zukunft glaubt, wo ist da das Problem dabei, wenn es dann auch noch etwas länger günstig bleibt. So sehe ich das zum Beispiel auch bei Aktien. Ja, ich freue mich da drauf, wenn ich eine Aktie gefunden habe, in die ich investieren möchte. Wenn die nochmal ein bisschen fällt, dann kann ich einfach meine durchschnittlichen Kosten nochmal ein bisschen runterbringen. Und ja, wenn man sich sowieso sicher ist, dass sie steigt, wo ist das Problem, dass es erst nochmal fällt, würde ich sagen. Aber hey, das ist ja nur meine Meinung. Wie seht ihr das so? Denkt ihr, dass es eher wahrscheinlich ist, dass Silber auf 100 Euro oder auf 18 Euro geht? Wie gesagt, es ist halt schon zur einen Richtung wesentlich mehr Unterschied als zur anderen. Nämlich in etwa 1,50 Euro zu in etwa 80,50 Euro. Hm, weiß ich nicht. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung in dem Fall, ne, also es kann natürlich sein, dass Silber auf 100 Euro steigt. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, das ist definitiv möglich. Aber für mich persönlich ist einfach die andere Richtung ein bisschen wahrscheinlicher aktuell. Einfach weil es, um den anderen Betrag zu erreichen, wesentlich weniger fallen müsste. Ja, was ich auch schon lange nicht mehr mit euch besprochen habe und worüber ich auch gerne mal widersprechen möchte, ist unser Anlaufexperiment. Hier sind die zwei Münzen. Ja, äh, hat sie nicht viel getan, würde ich sagen. Sind immer noch sehr silbern. Natürlich hat die Kängurumünze Milchflecken. Gut, ich meine, klar, liegt ja auch hier draußen rum. Aber jetzt auch nicht wirklich schlimme Milchflecken. Außerdem sind sie ja auch nicht im Fokus, deswegen holen wir die jetzt gerade mal hier ein bisschen ran in den Fokus. Und, ähm, ja, diese Münze hier, die Cook Islands Bounty Münze, die ist vielleicht ein bisschen dunkler geworden, würde ich jetzt mal so sagen. Aber, ähm, das ist jetzt auch nichts Dramatisches, ne. Also, wir sind ja jetzt schon hier fast ein halbes Jahr dran an diesem Anlaufexperiment. Ich habe ja zwischenzeitlich aufgehört, euch Updates dazu zu geben, weil es einfach nicht großartig was passiert ist. Silber ist eben letztendlich doch trotzdem ein Edelmetall. Und, äh, wenn man eben in ziemlich regulierter, ähm, klimatischer Luft Silber lagert, dann passiert da nichts mit. Großartig. Auch wenn es keine, ähm, Verpackung hat in irgendeiner Form. Ähm, diese schwarzen Stellen, die ihr da jetzt seht, das, äh, ist nicht wirklich schwarz. Das ist im Prinzip silberglänzend, aber es sieht auf der Kamera jetzt schwarz aus. Ähm, das liegt daran, dass mir die Münze sicher nicht mal runtergefallen ist, weil die hier auf so einem Stapel Papier liegt. Und dementsprechend dann ab und zu, wenn ich da Papier rausnehme, äh, leider den Abflug macht. Ist aber letztendlich egal. Bleibt eine Unze. Und ich meine, der ganze Sinn und Zweck dieser Münzen ist, dass sie anlaufen. Ähm, dementsprechend haben die sowieso nur den Silberwert. Aber gut, ne? Ich finde es eine interessante Geschichte. Ähm, ich bin gespannt, wie lange es wirklich dauern wird, bis diese Münzen irgendwelche nennenswerten Veränderungen zeigen. Und, ähm, ja. Bin gespannt, wie das dann so aussieht. Aber, bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Alles Mögliche, was ihr an Fragen und so weiter habt, gerne in die Kommentare. Beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Abgesehen davon, dass ich euch auch super gerne das Video bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Natürlich würde ich mich auch extrem drüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Und dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.